Folgendes passiert jetzt. Ich zeige euch eine richtig gute Bank. Modell Magdeburg mit Lehne. Gehört zur guten Sorte, weil es gibt Bänke, die haben hier in der Mitte eine Körperteilung. Das heißt, wenn man sich hinlegen will, muss man sich so legen. Das geht nicht lange gut. Oder sie haben hier eine Abrollfläche. Es geht schnell runter, wo man beim Hieben immer wieder so macht. Auch gut. Und diese Flecke hier verbreitet die Bank noch mal um ungefähr ein bis zwei Blanken, je nachdem wie lang das Knie ist. Weil man das Knie hier durchstecken kann. Der Nachteil ist, dass diese Bank neuerdings hier festgeschraubt wird. Aber mit einem 3-10er-Schlüssel geht das schon ganz gut. Und wenn man erstmal so weit ist, dann fängt der Spaß an. und dann fängt der Knie auf die Knie ab. Und dann fängt der Knie ab und sich die Knie durch außerdem noch Nachteil, Untertitelung. BR 2018